Hallo, da bin ich wieder zurück mit Ori and the Blind Forest, dieser wunderschönen Story, Story und diesem wunderschönen Spiel, was mich so kitzelt vor Freude und jetzt bin ich auf dem Desktop geschürmissen worden, das noch. Also, es kitzelt mich vor Freude und vor Neugier. Was mag wohl hinter diesem scheiß Baum sein? Ja, die letzte Folge war Epic Fail, diese Folge hoffentlich nicht, aber es geht schon gut los. Toll. So, wir werden den jetzt so umbringen, wir üben jetzt einfach, wir üben jetzt diese Dinge hier zu platzieren und killen den so, anstatt jetzt hochzuspringen, weil dadurch werde ich natürlich besser. Verarscht. Wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn noch ein bisschen leben lassen, damit er ein bisschen mehr Angst kriegt. Nein, das, ja, oh Gott, ja. Achso, nee, brauche ich ja gar nicht. Oh, naja, gut, okay, da hole ich mir auch kurz das hier. Wo bin ich? Wow, ui, what, what, äh, was war das denn? Hast du einen Doppler von oben? Hast du einen runtergefallen, oder? Nein, oh, oh doch. Okay, der ist tot, der ist tot, jetzt muss ich nur noch den anderen tot kriegen. Ich glaube, das klappt, oh mein Gott. Oh, ich, ich versuche es einfach so, ist mir egal. Ich versuche es ohne den anderen tot zu kriegen. Nein, oh Mann, 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 oh Mann. Ich bin mir sicher, dass mich Rory verarscht. Der ist bei anderen Leuten, ist der anders. Bei mir ist der immer so zickig irgendwie. Der macht immer so komische Sachen, die ich ihm nicht sage. Wow, hallo. Oh, pfff. Mann, das war der falsche Knöpf. Das war die falsche Richtung. Oh, jetzt fliegt er wieder ins Nirvana. Hallo. Hau einfach den Kacker da weg, ey. So, tschüss. Next. So, gib mir meine Punkte. So, das mal kurz holen. So. Oh Gott, ich habe so keine Lust mehr, ey. Aber aufgeben ist einfach keine Option. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder auf dieser... Ja. Nein, nein. Warum? Warum macht er denn das immer? Oh, ah, nein. Okay, immerhin ist der jetzt tot. Okay, gut, okay. Okay, gut. Das war zwar nicht so geplant, aber okay. Okay. Oh Gott, war das knapp. Oh Gott, oh Gott. Ich bin gar nicht so gläubig. Aber irgendjemand muss mir helfen. Na. Oh, du Scheiße. Okay. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh Mann, oh Mann. Ich will meinen Kopf gegen irgendwas Hartes schlagen. Das bringt nichts. Ich dachte, der sei gestorben vorher. Ich bin drauf geflogen. Oh nein. Ich wollte ihn überhaupt nicht killen. Mann, ich wollte ihn so umhauen. Aber egal. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt fliegt der da wieder. Und fliegt, und fliegt, und fliegt, und... Vielleicht sollte ich mal hinterher gehen. Alter! Oh, ne, der Typ ist wieder da. Oh, krass. Jetzt bin ich fast reingeratscht. So, jetzt ist gerade auf jeden Fall keiner da. Kanada in Kanada. So, komm, jetzt machen wir das mal eben. Jetzt haben wir doch Übung. Oh Gott. Wir wissen, dass der da oben nicht da ist. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Ich kann nicht. Ich bin immer so... Nein, warum macht er denn das nicht? Ich war, glaube ich, zu weit vorne. Nein, jetzt ist er schon wieder da. Was? Dicke Bus. Das gibt es doch gar nicht. Oh, das gibt es doch gar nicht. Oh Gott. Du kommst jetzt nicht in dieser kurzen Zeit. Nein, nein, nein. Hallo? Nein, ich stand zu weit vorne. Wo muss ich denn stehen? Oh Gott. Ich will nicht. Ich muss mir einen anderen Ausruf überlegen. Ich will nicht immer Gott sagen. Ah. Ah. Oh, nicht besser. Nein, Mann. Vielleicht ist er jetzt gestorben oben. Nö. Nein. Nö. Nö. Das war es nicht. Oh Gott. Ich habe es auch wieder gesagt. War aber nicht. Mach. Oh, nee. Was? Der lebt schon wieder? Oh Gott. Der lebt also. Was? Der ist auch schon wieder da? Unfassbar. Oh, das wird nichts. Das wird was. So, und dann nehmen wir gleich den nächsten nochmal. Oh, oh. Okay, das war ja früher überhaupt nichts. Schade aber auch. Das wird was? Nein. Och, du heilige Scheiße. Oh, wuhu. No. Fuck. Aber die Anlage war gut. Man muss sich auch mal loben. Wenn man schon so beschissen spielt. Was? Was denn jetzt? Hat er mich getroffen oder nicht? Oh Gott. Oh. Okay. Boah, jetzt habe ich schon... Boah, Salter. Boah. Ne. Ne. Bitte was? Das habe ich definitiv nicht gemacht. Das auch nicht. Das schon eher. Bin sowas von Schweine genervt. Hallo? Warum? Das bringt ja wieder nichts. Wir gucken nochmal, wie er gekillt wird. So, und dann gehen wir wieder weg. Was? Oh, das hat geklappt noch. Ui, das hätte ich nicht gedacht. Okay, schnell, schnell, schnell. Okay, das klappt auch. Nein. Nein, 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 nein. Warum denn da hin? Nimm mich doch mit. Mann. Arsch. Okay. 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 So. Nein, mach doch so rum. Warum das? Ich drücke einfach nicht. Ich habe es geschafft. Ich sage einfach, ich habe es geschafft. Fick. Was mache ich da? What? Nein. Das gibt es doch überhaupt gar nicht. Oh, Moment mal. Was passiert denn, wenn man jemanden noch so halb am Leben lässt? Lebt er dann auch immer noch so halb weiter? Nur, das wäre ja gar nicht so schlecht. Puh. Oh, okay. Das war auch eine Maßnahme, dass es nicht so lange dauert. Ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen besser raus. Ich weiß nicht, ob ich dazu gucken muss, wie der stirbt. Oh, der ist auf jeden Fall weg. Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich das noch treffe. Was? Der ist schon wieder da? Ach, Mann. Leck mich doch. Leck mich doch einfach mal fett am Arsch. Och, das war doch so geil. Warum? Hä? Nein. Das hat niemand behauptet, dass das so sein soll. Was? Hä? Hallo? Sag mal. Ah, nee. 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 Einfach nur? Ich kann es doch. Was ist denn das Problem? Nein. 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 Ganz ehrlich. Nein. Nein. Muss ich auch noch zugucken, wie er stirbt. Sonst ist er gleich wieder da oder so. Ich weiß es nicht. Der ist noch nicht da. Toll. Dann ist er jetzt gleich da. Nö. Warum denn auch? Gute Idee. Läuft. Läuft bei mir. Macht Spaß. Komm schon. Jetzt aber. Na? Brauche ich gar nicht. Und der Idiot ist schon wieder da. Nein. Und er stirbt noch nicht mal. Der Pisser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse ihn sowas von. Oh Gott. Hasse ich ihn. Und jetzt trifft er mich auch noch. Oh nee. Ich weiß es. Was soll man dazu noch sagen? Wups. Ich will einfach nicht mehr. Ich will es jetzt einfach nur hinter mich bringen. Kann doch wohl nicht so. Es kann doch wohl nicht sein. Warum kommen die denn auch immer wieder? Oh Gott. Ich habe irgendwie immer eine Runde oder so. Was? Der ist auch schon wieder da? Nein. Ich habe doch noch gedrückt. Aber ich kann das gar nicht glauben. Ich kann gar nicht glauben, wie beschissen das ist. Nein. Was? Was? Nein. Wenn er jetzt wieder da ist. Oh Gott. Er ist nicht da. Oh Gott. Nein. Er ist wieder da. Egal. Egal. Oh Gott. Ich glaube ich schaffe es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich bin runtergefallen. Oh Gott. Wer ist das? Erstmal speichern. Ich speichere hier. Ist mir egal wo. Oh mein Gott. Wer ist das? Hast du dir nicht vorgestellt? So. Wir gehen jetzt ab. Tschüss. 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 Scheißegal ey. Ob du mir jetzt haust oder nicht haust ey. Okay. Hat nicht geklappt. Egal. Stell dir mal vor. Ich wäre jetzt gestorben. Oha. Hätte sein können. Oh mein Gott. Ach Gott. Gott. Wer auch immer mir geholfen hat. La 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 la. So. Und jetzt kommt ein Boss. Jetzt kommt das Herz. Habe ich es jetzt befreit? Können wir jetzt gehen? Nicht? Ah man. Was ist denn du? Hä? Was ist denn du? Ist es in der Mitte hoch oder was? Was muss ich denn jetzt? Kann ich jetzt. Ich weiß nicht was ich machen soll. Und nun? Hm. Andersrum nochmal gehen oder was? Oh. 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 Wow. 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 Okay. Upsila. Okay. Spuck mal bitte. Hallo. Ich bin hier. Ach. Ah. Geht doch. Wow. Okay. Wow. Was? Geht es jetzt hier weiter? Geht es da weit? Da geht es doch nicht weiter, oder? Oh. Geht es doch gar nicht weiter. Oh. Die sind schon wieder da. Ups. Oh. Oh Gott. Ja und wie kriege ich das jetzt hier weg? Was muss ich denn machen? Hm. Kann ich da irgendwie rein? Ins Herz oder wo? Hm. Ah. Oh. Ach so. Okay. Okay. Jetzt können wir das Element des Wassers wieder herstellen. Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben, liegen noch zwei weitere vor uns. Okay. Oh. Der Controller vibriert. Oh. Was muss ich tun? Ach du Scheiße. Nein. Noch nicht da runter. Du hoch. Hoch. Hä? Okay. Oh. Ich wollte doch eine Pause machen. Das wird wohl nichts. Warum tut ich das? Weil ich panisch bin. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Hoch. Oh. Panik. Ganz einfach. Eigentlich immer nur nach oben. Okay. Wir gehen so. Ach du Scheiße. La la la. La la la. Ah. Ah. Hoch. Was ist das denn? Es ist scheiß drauf. Wow. Scheiß drauf. Wo muss ich hin? Wo bin ich? Oh. Ich muss da hoch. Ich glaube ich bin tot. Fuck. Oh Gott. Ich glaube ich muss. Das geht nicht. Ich muss Pause machen. Ich mache eine Pause jetzt. Moment. Ich einmal versuche es noch kurz. Oh. Gott. Ich bin so panisch. Da ist bestimmt noch irgendwas zu holen. Nein. Nicht runter. Hoch. Hoch. Okay. Wir gehen per Fuß. Zu Fuß. Wir gehen nach da. Nein. Wir gehen natürlich nach da. Oh. Hoch. Okay. Das war gut. Wo ist dein Ding? Wir wollen hoch. Ich sehe nichts. Keine Ahnung. Ich bin. Scheiße. Okay. Stopp. 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 Pause. Escape. Wow. Alter Verwalter. Ey. Okay. Bei dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Kann ja wohl nicht sein. Ich schwitze mich hier ein. Solange ich mich nicht einlässe, ist ja ganz normal okay. Ist ja alles noch okay. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich mache jetzt weiter. Und mache euch ein bisschen weiter nach außen und innen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ich kümmere euch jetzt. Bis dann. It快zuf ent.